Hallo liebe Fußballfreude und herzlich willkommen hier zum Bundesliga-Tippspiel am Montag zum 2. Spieltag mit selbstverständlich Uwe an meiner Seite. Kollegen, da sind wir wieder. Oder Fußballspiel. Mal wieder zur neuen Saison natürlich. Das hatten wir ja schon gesagt. Zweiter Spieltag schon. Wir sehen und mal schauen. Wir sind bereit. Ich bin gespannt was wir tippen. Wie wir die Mannschaften einschätzen, ob wir auf einmal gegen Mannschaften tippen, für die wir noch im ersten Spiel getippt haben oder umgekehrt. Wir werden es sehen. Du darfst gerne beginnen. Ja, da fange ich doch mit der ersten Begegnung mal an. Das ist Leipzig gegen Stuttgart. Leipzig mit einem neuen Trainer. Haben wir ja schon angesprochen. Stuttgart. Ja, personelle, also Spieler personelle gegangen. Wichtige Spieler sind gegangen. Unter anderem Gonzales ist gegangen. Wir haben Tafeln. Wir haben Tafeln endlich mit. Soll ich vergessen. Ja, da müssen wir mal gucken. Also da bin ich jetzt auch noch nicht so geil. Das ist schwer. Das ist echt schwer. Ich habe meinen Tipp. Die schreiben du nicht dick. Du Stütfte. Du kannst doch lesen, oder? Ich denke, ich sehe es dir dann im Video. Du darfst runterzählen. Drei, zwei, eins. Zwo, zwei. Zwo, zwei, zwei. Oh! Hey! Machst du einen Unentschieden? Ja. Machst du aber nicht, ne? Ich kann dir nicht sagen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl. Wenn das Spiele sind, die ich mir angucke, und da sich ja einige, aber es gibt jetzt in den beiden Mannschaften einige Veränderungen. Sowohl Abgänge als auch der Trainerwechsel jetzt. Ist das schwer zu sagen, finde ich. Ja. Für mich jetzt. Ich weiß, was du meinst. Ja. Man muss jetzt erstmal die nächsten Spiele gucken. Da kann man vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung einschlagen. Ja. Also im Moment muss ich da, ist das für mich eher so ein Spiel, wo man entschieden. Okay. Gut. Das war's. Machen wir weiter mit den Samstagsbegegnungen und da mit der ersten Begegnung, die da heißt Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg. Frankfurt für dich ist eher mit Problem in die Saison gestartet. Ja, ja. Augsburg schwierig einzuschätzen. Viele tippen die eher so wieder unten, so Richtung Abstiegskampf. Ich sage, jein, eventuell, aber auch Mittelfeld. Natürlich kann man immer mit einer Prognose ja daneben liegen. So ist es nicht. Alles ist möglich. Also ich tue mich da ganz schwer. Gerade Frankfurt, weil ich hab sie jetzt im Pokal gesehen. Richtig. Ich fand sie nicht gut. Also ich muss ja sagen, ich fand sie nicht gut. Das muss ich jetzt echt gestehen. Dennoch habe ich hier meinen Tipp. Ich auch. Sehr schwer. Sehr schwer. Für mich auch. Deswegen aber ich versuch's jetzt. Ich versuch's auch klar damit. Genau. Äh, zieh mal runter und sag 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2. Oh. Oh, okay. Komplett umgekehrt. Komplett umgekehrt gegen mal. Ich kann doch komplett daneben liegen. Ich kann doch komplett richtig liegen. Junge, alles ist möglich. Alles ist möglich. Tja, lass uns doch gleich die nächste Begegnung nehmen. Das ist Hertha BSC Berlin gegen Wolfsburg. Oh, das ist wieder so. Oh. Also das, ähm, ich fand jetzt auch nicht so, dass unbedingt, ähm, dass Hertha so stark ist. Wurde gesagt, dass die stark sind? Nö, nö, ich sag, wir sind nicht so stark. Ach so, das war's. Ach so. Ich hab jetzt gedacht, Mensch, für mich eher, ich hätte jetzt vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Ich hab's jetzt das Spielen sehen. Einmal jetzt. Und das fand ich jetzt nicht so gut. Aber das hat ja noch nichts zu sagen, ne? Aber, ähm. Das Problem, finde ich, ist auch bei Hertha, die verstärken sich auf den falschen Positionen. Ja. Anstatt, dass die wirklich für hinten vielleicht nochmal jemanden holen, weil da vielleicht etwas ältere Spieler sind oder Mittelfeld. Nein, man holt sich nur für Sturm. Man muss ja auch, man muss sich ja mal sagen, denn das, äh, Kapital ist ja nun mal vorhanden in dem Verein. Mhm. Und da bin ich der Meinung, kannst du dann auch dementsprechend die Spieler holen. Also ich mein, natürlich da, wo es hingehören. Ja. Und nicht irgendwelche Positionen, wo du genug hast. Da muss ich dir recht geben. Da hätt ich jetzt, äh, ein bisschen mehr Kollegen. Aber gut. Ja. Das ist für mich so, äh, weiß ich nicht. Ich bin auch gerade erst im Überlegen, ähm. Ja, ich habe, äh, boah. Haben wir nur solche Spiele jetzt, äh, diesen Spieltag, Mann. Das ist im Moment sehr schwer für mich. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich das stimme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich muss im Moment sowieso, äh, muss mich da jetzt mal reinrufen wieder. Ja, ich aber auch. Ich gucke ja zur Zeit eher die zweite Bundesliga an, muss ich dazu sagen. Oder mehr. Mhm. Und deswegen, gut, die haben auch eher angefangen, von abgesehen. Ja, gut, aber dann schaust du ja immer eine Begegnung. Bundesliga, finde ich, schaut man eher rein. Oder wenn man mehr liegt bei beiden. Ja, zur Bundesliga gucke ich auch, natürlich. Aber, äh, zweite Liga gucke ich schon jetzt mal, das eine oder andere Spiel mehr, um mal zu sehen, wie die Mannschaften spielen. Ja. Die eine oder andere, um das mal zu sehen, wie das da läuft. Das stimmt. Gut, äh, da würde ich mal unterziehen. Drei, zwei, eins. Ja. 0-1. 2-2. Ich war vom 1-1 eher. Die Woche und entschieden. Ich kann die Mannschaft schwer einschätzen gerade. Ja. Was ist das für die nächste Begegnung wieder? Leute, nächste Begegnung. Greuther Fürth gegen die DSC Arminia Bielefeld. Junge, was soll ich da denn jetzt stecken? Aufstecker gegen Klassenerhalt. Ja. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Ich weiß gar nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann auch noch aus tippen, in dem Fall nur einige. Mehr kann ich da gar nicht machen. Ich tue mich da echt schwer mit. Oh, ich habe da irgendwie gerade einen Geist. Also normal muss ich ganz ehrlich sagen, die Begegnung, wie gesagt, ich habe sie jetzt hier vorliegen, aber ich habe sie mir auch schon angeguckt. Also für mich... Frag mich nicht, sind alle Begegnungen in diesem Spieltag echt ein bisschen schwierig? Ja. Ja, ich schaue jetzt auch mal gerade nochmal drauf, weil ich habe das mal natürlich aufgeschrieben, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen näher. Bei den ersten drei, vierten Tage standen schon fest von Zeiten und allem her. Gut, ich habe einen Tipp und ich kann dir nicht sagen, warum. Ich zähl mal runter. Drei, zwei, eins. Ich habe drei, zwei. Eins, zwei. Was ist mein Tipp? Warum meint ich schon? Ich gehe ja in den Tentierraum auf Bielefeld. Und nicht irgendwie zu Fürth. Ich glaube, die werden es schwer haben. Ich weiß nicht. Das ist nur mein Gefühl, aber nur. Ja. Beim nächsten Spiel, ja. Das ist doch schon wieder ein bisschen was anderes. Freiburg gegen Dortmund. Ja, das ist die Frage, ne? Wie startet Dortmund damit? Oder wie startet Dortmund damit um, ne? Ja, das ist ja die Sack, ja. Ich bin da ein bisschen... Ich bin da sehr skeptisch. Ja, ich auch. Deswegen tue ich mich da grad schwer, aber ich könnte mir eine gute Vorstellung, dass sie Gas geben, aber auf der Glocke. Marco Rose in allen Ehren, aber ganz im Ernst, ich finde, wenn man jetzt vergleicht, wie er bei Gladbach gespielt hat und wie Gladbach jetzt gegen Bayern gespielt hat, finde ich ein Trainer von Adi Hütter taktisch versierter und taktisch besser, vom Denken her, als eine Rose, wie er bei Gladbach war. Und gegen einen Gegner wie Wiesbaden, glaube ich, war das ja, oder gegen den hat Dortmund im Pokal gewonnen. Ja, aber das kann man ja nicht werten. Das ist für mich kein Gegner. Das sind ja Welten, die aufeinandertreffen. Ja, ja. Und das kann man nicht werten. Aber, äh, weil wir das gerade in Gladbach ansprechen, ich fand, sie haben gestern echt gut gespielt, muss ich sagen. Ja. Und da haben die auch einen guten Torwart, muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Das stimmt. Hat er auch einige Dinge rausgeführt. Ja. Haben die auch schon bei der Ehren gesehen. Absolut super. Ja, aber auch gut gespielt, fand ich. Auch schnelle Spielzüge drin und so, also das ist schon nicht schlecht, was er, also wie er die Jungs da so eingestellt hat, das lief schon ganz gut. Aber gut, jetzt muss ich mich jetzt am meisten mal da. Freiburg ist ja auch ein unangenehmer Gegner eigentlich, muss ich sagen. Ich spiele auch mal Hüren Hort. Ja, ich tippe was ganz komisches. Ich weiß nicht warum, ich tippe es einfach mal, ja. Eigentlich soll man immer auf seinen Bauchgefühl hören. Ich hab gar keinen zum Moment eigentlich. Ich hab keinen. Also gerade im Moment verlässt mich das gerade, aber ich... Äh, die Kurse da? Ja, 3, 2, 1. 1, 1. 1, 1. 2, 3. Aber ich weiß auch nicht warum ich 2, 3 tippe. Das kam so über mich. Ich sag, jetzt tippst du mal 2, 3. Ja gut, jetzt hab ich keinen Quatschür. Und ich wollte auch keinen 0, 0 tippen. 0, 0 wird auch nicht passieren. Nee, nee. Also das wird wahrscheinlich so ein Nischmaschspiel. Jo. Ja, geil. Ich darf die nächste Begegnung... Warum darf ich solch beschissene... Sorry, wenn ich das sag, aber warum darf ich solch beschissene Begegnungen nicht sagen. Nächste Begegnung. Aufsteiger. VfL Bochum spielt zu Hause das erste Spiel gegen den ersten Level von Mainz 05. Ähm... Da geh ich jetzt einfach mal ganz stupide von meinem Bauchgefühl auf ein... Oh, ich tippe jetzt was ganz... Junge, keine Ahnung. Äh... Hast du auch schon? Gut. 3, 2, 1. 1, 2. 0, 1. Ja, ok. Stimmt 0, 1. Stumpf 0, 1. Langweiliges Spiel würde ich sagen. 0, 1 ist immer langweilig. Und gerade im WC ist alles ok. Ja, das auch. Guck mal, was du als nächstes an sagst. Ja, das ist schön. Das nächste Spiel sag ich gerne an. Das Leverkusen gegen Gladbach. Ja. Zwei Mannschaften... Top-Spiel. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Wie ist das Top-Spiel? Ja, weiß ich. Ist auch das Top-Spiel. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Top-Spiel wäre vielleicht. Ja. Ich habe jetzt Gladbach wie gesagt ja schon gesehen spielerisch. Also ich fand ihn wirklich echt... Also schon fürs erste Spiel ziemlich stark eigentlich. Ich gebe dir einen Tipp... was ich getippt habe. Tipp was ich getippt habe. Klingt auch gut. Und zwar habe ich das getippt. Ich glaube, das ist das häufigste Ergebnis der beiden Mannschaften, wenn es offen wird. Ja, das wird was anderes. Ja. 1, 2, 1. 2, 2. 1, 2. 1, 3. Entschuldigung. 1, 3. Ich gehe auf Gladbach. Ich glaube, die legen jetzt los, die Jungs. Wir werden jetzt nochmal neu eingestellt und müssen geproove die Jungs. Dann geht das rund. Ja. Aber das häufigste Ergebnis ist immer so ein Unentschieden. Ja, aber ich glaube Leverkusen wird sich schwer tun. Ich weiß nicht warum. Ich habe es nur ein Gefühl. Wenigstens habe ich ein bisschen eine vernünftige Begegnung jetzt ansagen. Die letzten beiden Begegnungen. Kommen wir zu den Sonntagsbegegnungen. Und da heißt die erste der beiden Hoffenheim gegen Union Berlin. Und da habe ich eine ganze Klappe mal. Hast du schon? Ja. Ich eigentlich auch. Also in dem Spiel habe ich, ich glaube das erste Mal, dass ich eine einigermaßen gute Richtung, hoffe ich, jetzt eingeschlagen habe. Ja. Man darf nicht vergessen. Union spielt jetzt auch, ich weiß nicht, ist das jetzt schon nächste Woche oder da drauf die Woche auch schon Conference League Playoff. Aber dennoch habe ich hier ein ganz klares Ergebnis. 3, 2, 1, 0, 3. 1, 3. Bei mir steht auch die 3. Aber vorne, ich denke, die können noch ein Tor schießen. Hoffenheim nicht stark, finde ich. Aber gut, das kann sich noch... Absolut nicht. Absolut schwach. Na doch, schwach kann man das vielleicht. Ja. Moment. Also das ist für mich ein bisschen wenig Leistung. Aber das kann sich natürlich noch in diesem Spiel dann steigern. Aber wir reden ja jetzt von diesem. Ja. Ja. Jetzt zu guter Letzt haben wir die letzte Begegnung. Ja. Das ist Bayern München gegen Köln. Gut. Ah. Tut mir ja leid für Köln eigentlich. Aber ich glaube, das wird schwer. Also ich denke mal, das wird klar gehen irgendwie. Bei Bayern ist noch das Problem, im Gegensatz zu den anderen Mannschaften, sind die Nationalspieler noch nicht lange da. Ich sag mal, das ist natürlich auch ein Punkt, wo viele sagen, ey, noch kein Sieg unter Nagelsmann, was ist da los? Ähm. Aber wenn man nicht eine richtige Taktikbesprechung machen kann mit einer Mannschaft über vier, fünf Wochen hinweg. Ich glaube, das sind jetzt gerade mal irgendwie zwei, höchste zweieinhalb Wochen, wo alle jetzt auch da sind, äh, haben nicht das Pokalspiel gespielt, äh, da ist Bayern im Nachteil, im Gegensatz zu den anderen. Und das darf man nicht vergessen. Ich sag mal, natürlich erwarte ich auch was von Bayern, so ist es nicht, aber, ähm, trotzdem sollte man ein bisschen den Ball flach halten. Und trotzdem glaube ich, wird es noch eine Hammer-Saison mit Nagelsmann. Da gehen wir mal davon aus, dass da noch einiges passiert, oder? Du darfst. Sorry. Äh, genau. Drei, zwei, eins. Zwei, null. Drei, null. Drei, null. Drei, null. Drei, null. Ich glaube nicht, dass König was für Gegensatz zu haben. Den Gegensatz zu setzen hat. Ich hab gedacht, am Ende tippen wir noch mal gleich so wie am Anfang. Das wär so cool gewesen, so als du da hast. Oh, da hättest du noch höher ansetzen müssen. Kannst du halt nicht nur annehmen. Aber drei, null ist mir bis jetzt zu hoch. Also, ich glaub schon, dass die drei Tore machen. Kann sein. Kann ja sein, aber für mich ist es so ein bisschen zu hochgegriffen. Nein, also, ich denk an meine Worte nächstes. Wir werden es denn. Es ist ja nächste Woche, also nicht so. Ja. Uwe, du darfst anfangen, deine Tipps zusammenzufassen. Gerne, gerne, kann ich das tun. Dann fang ich an mit Leipzig, Stuttgart, zwei, zwei. Frankfurt, Augsburg, eins, zwei. Hertha, Wolfsburg, zwei, zwei. Fürth, Bielefeld, eins, zwei. Freiburg, Dortmund, zwei, drei. Bochum, Mainz, null, eins. Leverkusen, Gladbach, eins, drei. Hoffenheim, Union, eins, zwei. Und Bayern gegen Göln, drei, zu null. Kommen wir zum 1, kurz. Leipzig, Stuttgart, zwei, zu zwei. Frankfurt, Augsburg, zwei, zu eins. Hertha, Wolfsburg, null, zu eins. Fürth, Bielefeld, drei, zu zwei. Freiburg, Dortmund, eins, zu eins. Bochum, Mainz, eins, zu zwei. Leverkusen, Gladbach, zwei, zu zwei. Hoffenheim, Union, null, zu drei. Und Bayern gegen Köln, zwei, zu null. Das waren unsere Tipps. Was sind eure Tipps? Schreibt eure Tipps unten in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, was ihr tippt bei den neuen Begegnungen. Wir sehen uns in einer Woche zum dritten Spieltag wieder und ich glaube auch noch zum vierten in zwei. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, weil dann ist Länderspielpause. In der Zeit, wenn Länderspielpause ist, kommt an dem Montag dann die Champions-Sieg-Prognose, weil dann ist ja auch schon die Gruppenphase auf jeden Fall durch. Und dann gucken wir mal, was wir glauben, welche Mannschaft in welcher Gruppe welchen Platz belegt. So sieht's aus. Ja, wir wünschen euch bis dahin was. Deswegen gebt euch sehr gerne einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, werdet ihr Teil der Fußballfreunde oder auch der Topfamilie. Und dann sind wir uns in einer Woche wieder und bis dann seid uns. Tschüss. Alles gut. Und eine kleine Fliege. Und eine kleine Fliege. Anfänger auf das Tor. Ja. Schau liebe Fußballfreunde bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss. Tschüss bis zum nächsten Mal. Kleiner Joe. Da ist der. Jetzt hab ich's ja. Die ist eigentlich ein Fliege, ey. Ist ja ekelhaft. Will das nicht. Will das nicht.